Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und heute sprechen wir über das Diaphragma zum Verhüten. Was das genau ist, wie das funktioniert, welche Vor- und Nachteile hat und ob das sicher ist, das besprechen wir jetzt in dieser Folge. Das Diaphragma ist eine nicht-hormonelle Verhütungsmethode für die Frau und erlebt eine wahre Renaissance, möchte man fast sagen. Das Diaphragma war vor einigen Jahren fast schon aus den gynäkologischen Praxen verschwunden. Jetzt hat fast jeder Gynäkologe, jede Gynäkologin wieder diese kleinen Attrappen dort stehen, weil die Frauen wieder nicht-hormonelle Verhütungsmethoden wünschen. Und tatsächlich nutzen diese Dinger jetzt auch wieder mehr die jungen Frauen. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir jetzt. Zunächst einmal gucken wir uns diesen Aufbau an. Sieht ja aus wie so ein kleines Hütchen. Hier drumherum ist ein kleiner Drahtring, der relativ flexibel ist. Und hier ist eine kleine Latexmembran. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, muss dieses Ding irgendwie vor den äußeren Muttermund, damit nämlich die Spermien nicht da unten durchkommen. Und das Ganze gibt es natürlich in verschiedensten Größen. Nicht erschrecken, das ist jetzt eine ziemlich große Größe. Das sind 80 Millimeter, gibt es natürlich auch noch in 70, 60, 50, 40 und so weiter. Also gibt es auch noch die Hälfte der Größe. Gibt es sogar noch ein bisschen größer. Und dann gibt es dieses Exemplar. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen in speziellen Werbungen. Das ist jetzt ein spezieller Hersteller, den ich nicht nennen möchte. Das ist eine Einheitsgröße. Die soll jeder Frau passen, sagt der Hersteller. Also, dass erstmal grundsätzlich irgendetwas jeder Frau vaginal passen soll, ist schon mal Quatsch. Das ist ein schönes Werbeversprechen oder eine Werbeart. Aber das ist natürlich absolut realitätsfern. Jede Vagina, jeder Muttermund, jedes Becken ist anders. Und dieses kleine Pornüppelchen ist ja quasi dafür da, das quasi am Schammeinbogen anzuhängen. Und wenn jemand sehr dick ist oder drei Kinder geboren hat, ist das ein Unterschied, als wenn jemand sehr dünn ist oder gar kein Kind geboren hat. Deswegen ist das ein nice try. Kann man auch probieren. Vielen passt es vielleicht auch. Aber unterm Strich muss man vor allen Dingen, wenn man Kinder geboren hat oder übergewichtig ist, das Ganze bei Gynäkologin, Gynäkologe anpassen lassen. Diese Dinger hier, die Runden. Das Ganze entwickelt seinen Verhütungseffekt natürlich durch eine sogenannte Barrieremethode. Spermien kommen da irgendwie nicht durch bei korrektem Sitz, korrekter Anwendung. Wodurch man das Ganze noch steigert, diesen Verhütungseffekt ist durch ein Spermizidesgel. Das ist also ein Gel, womit man das Ganze hier einmassiert und sich dann vaginal einführt. Denn dieses Gel führt dazu, dass die Spermen eben verlangsamt und auch abgetötet werden. Und so der doppelte Effekt erzielt wird. Wenn du dich am Ende des Videos jetzt dafür interessierst und das gerne anpassen lassen, einpassen lassen möchtest bei deiner Gynäkologin, ist das jetzt nicht so, dass wir ein Zentimetermaß rausholen oder einen Zollstock und dann irgendwie versuchen, in eurer Vagina die Breite und die Höhe eurer Vaginalwand auszumessen. Sondern das ist erstens ein Erfahrungswert, dass ich sage, okay, hier müsste das 60er gut passen. Und dann haben wir diese Dinger mit Loch drin. Das ist also jetzt kein Original. Das kann man nicht zur Verhütung nutzen, wie man vielleicht sich denken kann. Und dann können wir die einpassen. Das heißt, wir geben dann der Frau einen verschweißtes 60er-Diaphragma in die Hand und passt das zusammen mit der ein und guckt, ob das gut sitzt. Das ist also einpassen. Nicht, dass ihr Angst habt, da wird irgendwas vermessen. Grundsätzlich zur Anwendung, wie funktioniert das Ganze wieder? Das Diaphragma wird vor dem Geschlechtsverkehr mit dem vorderen Ende tief in die Vagina eingeführt. Dafür kann es in der Mitte quasi wie so eine Acht zusammengeklappt werden und muss dann zwischen dem hinteren Vaginalgewölbe und dem sogenannten Schambein, das sind Füße vorne, sitzen, sodass es wirklich wie so ein Segel oder ein Siegel vor dem Muttermund sitzt. Und wenn ihr mit dem Finger dann bei der Probe, wenn ihr eh schon quasi das eingeführt habt, einmal drumherum fahrt, muss halt wirklich überall Vaginalwand sein. Da darf jetzt keine Lücke sein, es darf nicht schräg drin sitzen. Es ist also eine Verhütungsmethode, die extrem anwenderinabhängig ist. Und dadurch zeigt sich auch der unterschiedliche Pearl-Index, den ich gleich noch euch sagen werde. Wann setze ich das Ding jetzt ein, wenn ich Lust habe, Geschlechtsverkehr zu haben? Der optimale Zeitpunkt wäre, mit dem Gel natürlich, eine halbe Stunde vor Geschlechtsverkehr. Länger als zwei Stunden vor Geschlechtsverkehr sollte es allerdings nicht sein. Kann man in Ausnahmefällen machen, aber dann gewährleistet der Hersteller auch keine Sicherheit mehr. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Das Ganze bleibt dann aber mindestens, wichtig, mindestens acht Stunden in euch drin nach dem Geschlechtsverkehr. Ihr müsst das nicht wie beim Kondom direkt entfernen, rausziehen und so weiter. Ganz im Gegenteil. Das muss mindestens acht Stunden drin bleiben, sollte aber auch nicht länger als zwölf Stunden drin bleiben. Da die meisten Menschen statistisch abends Geschlechtsverkehr haben, vor dem Schlafen gehen, ist das gar keine so schlechte Range. Denn dann kann man damit gut schlafen, man merkt davon nichts. Und morgens, wenn man aufwacht, kann man es entfernen. Acht Stunden sind abgelaufen, zwölf Stunden denke ich mal nicht. Also wäre das so ein ganz guter Zeitpunkt. Wie läuft das jetzt eigentlich mit der Reinigung? Ja, was viele nicht wissen, die Teile kann man natürlich wiederverwenden. Hat natürlich jetzt auch wieder so einen ökologischen Aspekt. Fünf Jahre kann man das Ding anwenden, sagt der Hersteller, wenn man es nach jedem Gebrauch gut wäscht. Und da reicht im Prinzip ein bisschen Wasser, ein bisschen Seife, lässt das Ganze Luft trocknen und schon ist es gereinigt. Wie sicher ist das Ganze jetzt? Der Perlindex, also das Maß der Sicherheit, habe ich schon oft hier auf diesem Kanal erklärt, was das genau ist, liegt zwischen 1 und 20. Ihr wisst vielleicht noch, je kleiner dieser Wert ist, desto sicherer. Eine Pille liegt zum Beispiel bei 0, und von 1 bis 20 ist natürlich eine Range, muss man schon sagen. Ja, ich habe es eben erwähnt, es ist eben anwenderin abhängig. Das heißt, es kommt extrem auf die Erfahrung an, wie erfahren ist man mit Dingen einführen. Frauen, die zum Beispiel eine Menstruationstasse schon benutzt haben, sind da extrem sicher. Dann kommt es natürlich noch auf die Passgenauigkeit an. Wie gut passt das Ganze, weshalb der Hersteller auch sagt, alle zwei Jahre nochmal checken, ob das noch die richtige Größe ist. Und vor allen Dingen nach großem Gewichtsverlust, nach großer Gewichtszunahme oder auch Geburten unbedingt neu anpassen lassen. Für wen ist das Diaphragma jetzt also geeignet? Erstmal für Frauen, die nicht hormonell verhüten möchten oder auch dürfen. Für Frauen, die nicht dauerhaft verhüten müssen, weil sie jetzt nicht regelmäßig, täglich, stündlich Geschlechtsverkehr zum Beispiel haben. Und auch für Frauen, die ein besonderes Verhältnis zum Körper haben. Ich habe schon erwähnt, Frauen, die Menstruationstasse benutzen, die sich mit NFP auskennen. Die sind meistens die Anwenderinnen des Diaphragmas. Vorteile des Diaphragmas. Es ist immer dabei. Man kriegt es in jede Handtasche. Es ist relativ leicht einsetzbar. Man greift nicht in das hormonelle System ein. Und man kann es anwenden bei Bedarf. Nachteile. Es bietet erstmal keinen Schutz vor sexuell übertragbaren Erkrankungen. Außer dem Kondom ist das bei jedem Verhütungsmittel auf der Nachteileliste. In den meisten Fällen ist eine Anpassung notwendig, was das Ganze natürlich ein bisschen aufwendig macht. Aufwendig ist außerdem, dass man das Ganze sechs bis acht Stunden drin lassen muss. Das ist für viele sehr lästig. Und dass man es natürlich vorzeitig einführen muss. Und dass man bei mehrfachem Geschlechtsverkehr am Abend zum Beispiel auch mehrfach das Spermizide Gel benutzen sollte. Dafür müsst ihr jetzt aber nicht das Diaphragma entfernen, sondern mit dem Gel eben vaginal arbeiten, dass ihr es auf den Finger tut und euch dann nochmal damit einreibt. Die Sicherheit ist eben anwenderinabhängig und muss eben mehrfach im Leben wahrscheinlich kontrolliert werden. Gibt es eigentlich hier Nebenwirkungen von, wenn man das jetzt zu lang drin lasst, kann das zu örtlichen vaginalen Reizungen führen und auch gehäuft zu Blasenentzündungen. Im Prinzip ist es aber relativ nebenwirkungsarm. Was kostet so ein Teil? Roundabout 30 bis 40 Euro. Auf fünf Jahre gerechnet, so lange sollen sie erhalten, ist das also ein recht kostengünstiges Verhütungsmittel. So, wichtigster Punkt noch ganz am Schluss. Ihr lasst mir natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, ein Abo da und ihr könnt auch das Glöckchen aktivieren. Denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und ich würde mich natürlich über eine Mitgliedschaft extrem freuen. Dann unterstützt ihr nicht nur mich, sondern auch das gesamte Team hier hinter. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin und tschüss.